Hallo Leute, ich bin LegendKiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie ihr sicherlich den Titel schon gesehen habt, möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr euren eigenen Sticker in CSGO machen könnt und ja, wir werden es jetzt einfach mal live zusammen machen, ich habe es auch noch nicht ausprobiert und von daher fangen wir mal an, ja was gucken wir mal, wir fangen hier an, ok hier können wir das also drehen, lassen das so schräg, finde ich cool, hier an dem Zeiger können wir das verschieben, hier können wir die Höhe verschieben, ok, das ist, aha, wie groß ist es, ok, ah, hier können wir noch die einzelnen, Moment, was war das, ChangeTypeCustom, Upload, oh, man kann einen Hintergrund hochladen, egal, Name natürlich, LegendKiller76, zack, jetzt müssen wir mal ein bisschen, wo war denn das jetzt, äh, hier unten, jawohl, boah, man müsste das so selber regeln können, so, ok, hier das Team, dann wählen wir Nip aus, so Ninjas in Pyjamas, und was ist das, ah, die Schrift hat, kann man das auch so machen, komm, ok, wir lassen das mal so, aber ist irgendwie zu dünn, man müsste das größer machen können, ah, hier können wir die Farbe ändern, ne, weiß passt schon, und jetzt können wir es uns downloaden, ok, ähm, joa, dann downloaden wir uns das ganze mal, Datei speichern, zack, 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 und hier, ja, so könnt ihr euren einigen Sticker machen, das Bild ist jetzt ein bisschen klein, aber ich finde es einfach nicht schlecht, und, ähm, joa, dann bedanke, also ich finde es nicht schlecht, so, äh, da bedanke ich mich an dieser Stelle schon recht herzlich fürs Zusehen, und, joa, schickt mir mal eure Fotos irgendwie auf Facebook, auf Twitter, und, ähm, joa, dann bis zum nächsten Video, ciao!